Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 452. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei, der Herr Basti. Gude und Grüße, meine lieben Freunde. Und der Duke. Ja, servus, hallo. Der schon wieder anfängt, meine Rechtschreibschwäche hier in unserem Sendungsdokument zu korrigieren. Hervorragend. Ja, bevor wir über Fußball reden, gibt es natürlich ein bisschen Housekeeping am Anfang. Wir sind nach wie vor immer noch sehr stolz darauf, dass wir uns fast komplett von Hörerinnen spenden, finanzieren können. Und ich habe stellvertretend diese Woche mal rausgesucht, die Sarah, die Nadine und der Dominik, die unterstützen uns alle drei schon ziemlich lange. Und da sind wir sehr stolz drauf und sagen vielen Dank. Und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann schaut ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Support-Seite und da findet ihr PayPal und Patreon und Überweisungen und Empfehlungen und alles, was ihr tun könnt. Alles, was ihr tun könnt, findet ihr da. So, und jetzt reden wir über Fußball. Die wohl wichtigste Nachricht diese Woche. Deutschland hat sich ämtlich für die WM 22 in Katar qualifiziert. Auf so einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist deine Gefühlsachterbahn da gefahren, Basti? Dass du das jetzt so sagst, die Information habe ich jetzt exklusiv von dir. Ich wusste nicht, dass das schon ausreichend. Deutschland ist jetzt quasi schon sicher, oder? Die sind als erstes, glaube ich, als erstes Land überhaupt sind die qualifiziert, ja. Das ist gefühlt ein bisschen früh, also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das überhaupt schon zu dem Zeitpunkt möglich ist. Aber da bleibt mir nur natürlich zu sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich bin sehr froh und freue mich wahnsinnig auf die WM. Ist ja praktisch fast in einem Jahr und zwei Monaten, oder? Genau. Ja. Cool. Super, dass die erste hoffentlich Non-Corona-Saison dann direkt auch schon wieder unterbrochen wird. Erstmal von ein paar Länderspielpausen und dann auch noch von einer kompletten WM. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das wird großartig werden, oder? Ja, da bin ich. Viewing mit Glühwein. Ich bin gespannt, ja. Als Public Viewing, Dennis, wir fliegen da alle hin. Coca-Cola-Fanclub-Nationalmannschaft machen so eine tolle Choreo im Style von frische Brise, also weiß nicht, was ihr noch wollt. So kreativ musst du erst mal sein, ja. Ja, allerdings, da bin ich echt gespannt, was sich da der Fanclub-Nationalmannschaft einfallen lassen wird. Großartig. Ganz, ganz großartig. Ich muss sagen, ich habe von diesen Länderspielen halt tatsächlich nichts verfolgt. Sehr gut, dass du es dann direkt als Sendungsstart anbringst, damit hier gleich mal der richtige Flow ist. Ja, es laufen ja jetzt auch gleichzeitig, oder jetzt parallel zu unserer Aufnahmezeit, laufen ja jetzt auch noch ein paar, unter anderem auch mit Eintracht-Beteiligung. Unter anderem fängt jetzt gleich das Spiel Dänemark gegen Österreich an und da gab es ja auch so ein bisschen Schockmoment die Woche, als Hinteregger im letzten Spiel verletzt irgendwie in der 70. raus musste, weil ihm die Schulter noch wehtat. Aber scheint ja doch so zu sein, als wenn er zumindestens jetzt fit genug ist, um dieses Spiel wahrnehmen zu können. Lässt natürlich so ein bisschen die Angst fürs Wochenende da, oder, Dennis? Oh, du, ich habe nur irgendwas von Schwindel und doch kein Schwindel und die Schulter und doch, die Schulter ist jetzt doch wieder nicht mehr so schlimm. Ich muss wirklich sagen, ich hoffe einfach, dass er am Wochenende für uns spielen kann. Heute, ist er denn aufgestellt? Hast du was gesehen? Die letzte Info, die ich gesehen habe, ist, dass er in der Startelf steht, genauso wie Ilsanke auch, ja. Ja, das lässt ja schon mal hoffen für einen Samstag und dann ist das gut und mehr will ich gar nicht. Also, ob er jetzt für Österreich heute spielt oder nicht, ist mir eigentlich Wurst, aber es zeigt natürlich, wenn er heute spielt, bin ich guter Dinge, dass er am Samstag auch auf dem Platz steht. Und dementsprechend, ja, ansonsten wäre es wirklich ein herber Verlust wieder. Aber gut. Und unnötig dann halt auch mal wieder. Total unnötig. Ja, das ist das Einzige, woran man bei Länderspielpausen mittlerweile denkt. Also, dass deine Spieler einfach wieder zurückkommen. Das ist so ein Augen-zu-und-durch-Ding. Man interessiert sich überhaupt gar nicht, wo die sind. Man hört ab und zu, dass die da 70 Mal um die Welt fliegen und irgendwie zwei Stunden vorm Spiel erst wieder nach Hause kommen. Aber eigentlich, ich nehme das nicht mehr wahr, was da so passiert und kriege so nicht mit, welcher Gruppe wie dasteht und was für einen Sieger jetzt braucht. Das passiert dann erst wahrscheinlich bei dem Playoff-Spiel. Ich habe jetzt auch den Tweet gelesen von Eintracht, dass Philipp Kostic jetzt auch gerade von Anfang an spielt. Und das ist so das Einzige, woran ich denke, bitte, bitte, verletzt dich. Komm, heil wieder. Ja, stimmt. Ja, der Punkt mit dem, wo die spielen, ist ja tatsächlich noch so ein Thema. Und wir haben jetzt heute Mittag, war ja dann das Spiel schon Japan gegen Australien. Da sind ja sowohl Kamada als auch Rustic. Rustic hat einen Baba-Freistoß geschossen, falls ich es nicht gesehen habe. Ja, doch, habe ich gesehen. War ja, wenn ich das richtig verstanden habe, erst hat der Schiedsrichter auf Elfmeter entschieden, wegen Foul tatsächlich an Rustic. Und dann hat der vom Axel so geliebte Video-Assistent-Referee das zurückgezogen und hat dann gesagt, war vor Strafraum und hat den Freistoß gegeben. Und der hat den ja mit so einer Wucht und Präzision da oben in diesem Winkel. Alter Verwalter. Also es sah schon sehr geil aus. Ja, tatsächlich. Jetzt habe ich schon sehr lange geredet. Ich bin schon über Länderspielerin. Ja, Entschuldigung. Nee, ich wollte es nur bemerken, es hat mich jetzt verwundert. Ja, ist ja sonst nichts Spannendes passiert in die Woche. Tatsächlich, ja. Aber wo waren wir? Achso, ja, bei dem, wo die Länderspiele stattfinden. Also du merkst ja schon mit den Spielern, die wir jetzt zum Teil haben. Rustic, Australien, Kamada, Japan und ja dann auch Bure für Kolumbien. Die sind halt schon einfach arschweit weg teilweise. Ja, das ist halt überhaupt nicht ideal, weil eigentlich hat man ja, man ist ja immer so naiv und betrügt sich selber, wenn man sagt, ach geil, erstmal Länderspielpause, da können die sich sammeln und irgendwie ein paar neue Sachen einstudieren, das stimmt ja gar nicht. Also du kannst ja wahrscheinlich praktisch mehr in der europapokalfreien Woche einstudieren mit der Mannschaft, als in diesen Kack-Länderspielpausen, weil die erst so kurzfristig dann zurückkommen. Ja. Das ist schon richtig scheiße, weil gerade die Eintracht hätte jetzt, glaube ich, es gut gebraucht, sich zu freuen, sich zu beruhigen und dann aufzuarbeiten, was trotzdem noch nicht passt und weiterzuarbeiten. Das wäre jetzt eigentlich der ideale Modus gewesen, aber ist halt nicht so. Ja, du musst halt bedenken, im Prinzip fehlt bei der Eintracht gerade die komplette Offensivabteilung. Kostic-Länderspiel, Bure-Länderspiel, Kamada-Länderspiel, Rustic, Höge, Kamada hatte ich schon. Barkok war auch weg. Barkok war auch weg, Lindström auch. Also du hast halt, ich glaube, der Einzige, der nicht aus der Offensivabteilung im Länderspiel ist, ist Lammers. Alle anderen sind halt gerade unterwegs. Also was willst du denn da an der Offensive? Gerade die Offensive, wo wir in den letzten Spielen auch immer wieder gesehen haben, dass wir aus unseren Chancen eigentlich zu wenig rausholen, wäre halt wichtig, da was zu tun. Und die sind halt alle nicht da. Die Frage ist aber, René, da muss ich sagen, manchmal spielt da ja auch der Kopf eine Rolle. Dann ist es gar nicht schlecht, wenn sie vielleicht mal weg sind von der Mannschaft, mal wieder einen Tapetenwechsel haben und so weiter. Das kann schon sein, gerade wenn es so um, oh, es ist, man sagt ja immer zu, verkopft. Jetzt waren ein paar Chancen, die dann nicht genutzt wurden und so weiter. Jetzt waren wir, das bin ich auch voll bei Basti. Das Problem ist, wenn du jetzt aus so einem positiven Momentum kommst und das eigentlich schön jetzt mit ein paar Trainingseinheiten in der Mannschaft stimmt und du hast diesen Sieg eingefahren. Und ja, das ist natürlich super schade. Wobei es, hoffen wir einfach mal, dass sie einfach diesen Flow trotzdem mitnehmen können ins nächste Spiel und sobald sich jetzt wieder sehen, heran anknüpfen können. Am Ende ist es immer, ich glaube auch die Spieler gehen da ganz individuell und unterschiedlich miteinander dann um, nehmen das wahr. Für den einen ist so ein Länderspiel sicherlich auch noch ein totaler Event und wow und wie cool, gerade für die Jüngeren und für die Älteren ist es wahrscheinlich teilweise wirklich nur noch belastend. Und das Hype, also ich muss auch sagen, es nervt Länderspiele nerven, das ist so. Es kann aber tatsächlich in der einen oder anderen Situation vielleicht dem, vielleicht hat Zrustic dieser Freistoß hier mega Selbstvertrauen nochmal gegeben und wir können vielleicht den nächsten Spiel dann gut auf ihn bauen. Wäre nicht passiert, hätte er daneben nicht in dem Pflichtspiel getroffen. Aber gut, wir werden sehen. Ja, hoffentlich nicht. Was aber halt auch vielen Thema in der Offensive war in den letzten Spielen, war ja die nicht passenden Laufwege. Also da, wo du im letzten Jahr noch das hattest, dass du quasi blind reinflanken konntest und der Spieler, der halt da stehen sollte, stand halt auch da. Das hast du halt jetzt noch nicht. Mit Automatismen und so weiter. Das kriegst du halt mit einer positiven Atmosphäre und Selbstvertrauen halt auch nicht hin. Dafür musst du halt gemeinsam trainieren. Andersher geht's nicht. Du warst aber gerade bei dem Thema positive Momente und ein Thema Länderspiel haben wir noch, dann können wir das auch beenden, Basti. Jakic hatte definitiv einen positiven Moment. Das erste Mal Nationalmannschaft, ne? Ja, tatsächlich. Ich glaube, die Eintracht hat den gerade noch rechtzeitig geholt, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, der ist jetzt schon doppelt so teuer, wie als das, was wir bezahlt haben. Und dadurch, wenn er jetzt nominiert wird für die kreuzische Nationalmannschaft, steigert sich das mit Sicherheit auch nochmal. Da bin ich echt froh, dass die Eintracht da schnell genug gehandelt hat. Das war zwar ziemlich kurz vor Schluss alles und ist jetzt zum ersten Mal nominiert worden, aber absolut zu Recht meiner Meinung nach und kann nicht schaden. Also, wenn der mit diesen geilen Spielern, die da sind, zu tun hat und mit denen trainiert. Also, da sehe ich es tatsächlich erst mal positiv, weil er wird sich freuen. Es macht ihn als Spieler, glaube ich, auch nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, aufrechter im Gang wahrscheinlich, dass er irgendwie da stolz drauf ist. Und das ist ehrlich gesagt Wahnsinn, dass man das sagt, aber das ist für mich ein absoluter Stammspieler schon. Also, ich will gar nichts mehr, dass er weg ist. Ja, ich auch nicht und umso schwerer wird es dann trotzdem für einen Sebastian Rode, der ja irgendwann vielleicht oder der irgendwann hoffentlich wiederkommt und es ja auch nicht mehr allzu lange dauern wird. Und der Kapitän ist der aber ja an sich gerade massive Probleme hat, weil ich wüsste jetzt nicht, wen ich da jetzt aufstellen sollte. Also, dass du, Jakic, so funktioniert einfach so bombastisch gut, der wird es erst mal echt schwer haben, da wieder reinzukommen. Ja, der ist auch, glaube ich, noch nicht direkt so fit. Der hat jetzt erst mal mit der Mannschaft trainiert letzte Woche. Ja. Und das wird dauern und wir werden ja genug Spieler haben, das darf man auch nicht vergessen. Und Jakic ist ein junger Spieler und wir wissen ja, dass dann diese Kurve, die am Anfang vielleicht nach oben geht, auch gewisse Löcher beinhalten wird. Und da ist es super, dann Rode in der Hinterhand zu haben, gerade weil wir ja endlich wissen, was für ein System wir spielen. Also, es kann ja auch sein, dass irgendwann ein Zoo nach vorne rückt, weil wir ein bisschen defensiver spielen und du dann eine Doppeldecks mit Rode und Jakic hast. Also, je nach Gegner oder je nach Situation ist es schon gut, gerade auch, weil wir halt wissen, dass Rode wird nicht alle Spiele machen. Und dann ist es doch super, wenn du einen Stammspieler mit Jakic und Zou hast, die beide viel laufen können, die beide fit sind, die beide nicht so verletzungsanfällig scheinen. Und wenn du dann noch den Capitano in der Hinterhand hast, dann bist du zumindest auf der Sechs ziemlich gut aufgestellt, was die letzten Jahre auch nicht immer so war. Also, da mussten wir auch immer überlegen, wen stellen wir da hin, dann musst du teilweise Ilsanker spielen auf der Position, obwohl er mir hinten besser gefällt. Also, von daher, drei Sechser zu haben, wo wir keine Bauchschmerzen haben, dass sie spielen, ist ja super. Und vor der Saison haben wir es doch extrem auch bemängelt, dass wir unbedingt auf der Position nochmal nachlegen müssen. Also, ich finde auch, es ist eine prima Situation und ihr habt es genau richtig gesagt, wir werden da so oder so. Also, wenn du da mit drei nur besetzt bist und wir sind momentan eigentlich nur mit drei, die wirklich, wenn Rode auch dann fit ist. Und da ist es auch sowas, der muss erstmal wieder an die 100 Prozent rankommen, weil ein Rode mit 70, 80 Prozent war auch nie, dass wir gesagt haben, wow, das ist ja jetzt hier ein lecker bisschen. Der kommt ja über den Kampf, übers Laufen, über die Kraft und da glaube ich wirklich auch, dass er noch ein bisschen Zeit braucht. Und dementsprechend, er wird seine Spielzeit bekommen, da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja, das denke ich allerdings auch. Ja, und dann haben wir, glaube ich, auch den Blog Nationalspiele mehr als gebührend behandelt. Basti, du hast es gerade eben gesagt, es war mit Jagerjets so der richtige Zeitpunkt, der ist jetzt schon mehr wert. Und Geld, was wir durchaus gebrauchen können, weil wir die Eintracht ja mitgeteilt hat in der letzten Woche, ist finanziell auch in dieser oder in der vergangenen Saison mit einem Minus von, was waren es, ich glaube, knapp 36 Millionen, die da in den Büchern stehen. Und auch in dem Jahr oder in dieser Saison 2021, mit geschätzten oder erhofften 60 Prozent Auslastung werden wir auch wieder so auf knappe 30 Millionen Verluste am Ende der Saison hinsteuern. Das sind Zahlen, die schon so ein bisschen erschreckend sind, oder? Mache ich mir da zu viele Sorgen. Das ist schwierig eigentlich, weil so ein bisschen, es gibt eine Schere zwischen das Gefühl, was man hat, wie die Eintracht aufgestellt ist und diesen Zahlen, weil eigentlich werden das alarmierende Zahlen, wo du denkst, Alter, die Eintracht fehlen zweimal 30 Millionen Euro. Und wie sollen wir das auffangen? Aber scheinbar war die Eintracht ja in der Position, wo sie das zumindest wahrscheinlich auch mit Hilfe von irgendwelchen Sicherheiten gut gemeistert hat, weil so viel Chaos hörst du ja jetzt nicht. Es ist ja nicht so, wie dass wir die Situation haben, wie Bremen es zum Beispiel hat, die jetzt gefühlt alle verkaufen mussten, damit sie überleben können. Das hatten wir nicht. Wir hatten vielleicht einen schleppenderen Transfersommer, weil die Eintracht ja auch konservativ kalkuliert hat, was gut ist, weil das haben andere Vereine zum Beispiel nicht gemacht. Ich glaube, Köln hat damit gerechnet, am dritten Spieltag schon wieder Vollauslastung zu haben, was halt auch nicht seriös ist. Die Eintracht hat, glaube ich, ohne Einnahmen in der Euroleague und ohne Einnahmen von Zuschauern irgendwie kalkuliert, was natürlich gut ist. Und die Eintracht scheint sich in den letzten Jahren in eine Position gebracht zu haben, dass das zwar wehtut, aber dass das keine Existenznöte hervorruft. Und das ist sehr, sehr bemerkenswert mit drei Ausrufezeichen, weil man das mittlerweile so als selbstverständlich annimmt. Du hast die Zahlen gesagt und das sind eigentlich für einen Verein wie Eintracht Frankfurt dramatischste Zahlen. Also das ist eigentlich praktisch nicht stemmbar, wenn du dir überlegst, wie war es, als Bobic angefangen hat, hatten wir zweieinhalb Millionen für Transfers überhaupt zur Verfügung. Und jetzt scheinen wir in der Lage zu sein, solche Defizite ausgleichen zu können. Das lässt mich, was das betrifft, ruhig schlafen und muss auch irgendwie, glaube ich, nochmal Lob aussprechen an denjenigen, der das sehr, sehr ruhig moderiert, der nicht so im Fokus der Öffentlichkeit steht. Und das ist Oliver Frankenbach, der da scheinbar, ich weiß es natürlich nicht, aber zumindest ist mein Gefühl, sehr gute Arbeit leistet und das sehr, sehr unaufgeregt auch moderiert. Ja, stimmt schon. Also ich weiß nicht, mit wie vielen Zuschauern sie geplant haben, aber sie haben sehr deutlich auch gesagt, dass sie mindestens 25.000 Fans im Stadion brauchen, um da überhaupt irgendwie Geld rauszuziehen. Da laufen wir jetzt ja so langsam hin, dass das tatsächlich, also dass das möglich ist und dass dann vielleicht auch entsprechende Anzahl von Fans kommt. Und sie hatten aber trotzdem ja auch gesagt, dass sie dann ab einem gewissen Punkt einfach wieder Fremdkapital aufnehmen müssen, aber wie du schon sagst, es scheint alles sehr strukturiert und seriös abzulaufen, sodass man schon so das Gefühl hat, okay, das wird jetzt nicht irgendwie kopflos gemacht, sondern sie haben da einen sehr klaren Blick und haben auch Pläne in der Hinterhand. Und das zeigt ja auch, das hatten sie ja jetzt im Rahmen dieser Pressekonferenz auch nochmal gesagt, dass auch Transfer von Spielern wie zum Beispiel dem Thema Kostic da halt überhaupt keinen Sinn macht, wenn du da halt eben einfach nur eine viel zu geringe Ablösesumme kriegst, weil ansonsten hast du da halt auch keinen Gewinn mitgemacht oder keinen Mehrwert mitgeschaffen. Also schon alles sehr, ja ich weiß nicht, ob seriös das richtige Wort ist, aber es macht so, wie du gesagt hast, den Eindruck, als wenn man sich da ordentlich Gedanken beigemacht hat und das beruhigt tatsächlich. Ihr habt ja es auch schon angesprochen, auch im Gesamtkonzept wurde ja hier sehr gut gearbeitet. Wenn du dann schaust, irgendwo hatte ich gelesen, ja mit diesen Kostenreduktionen, worunter ja auch die Gehaltsverzicht der Profis und so weiter zählt, waren ja fast 50 Millionen, die damit eingespart werden konnten in der Zeit. Da siehst du auch mal, ja hast du gar nicht so, also ich habe es zumindest gar nicht so stark wahrgenommen und es wurde nicht so hochtrabend irgendwo breit gedrehten, wo du gesagt hast, ach du Jemini, der hat jetzt nochmal da und der hat ein Statement und der hat ein Statement. Sondern es war alles sehr ruhig, sehr gediegen und am Ende siehst du da, wie stabil die Mannschaft jetzt doch dasteht oder der Verein dasteht. Auch hatte ich irgendwo die Zahl gelesen, dass alleine auf diese Ticketverkauf und Hospitality und sowas fast 40 Millionen fallen. Wenn das natürlich in der Spielzeit komplett weg ist, das ist natürlich schon krass, das ist einfach heftig. Und da muss man einfach sagen, super krass, ihr habt es richtig gesagt, das sind eigentlich Zahlen, wo du denkst, oh Gott, das sind ja bankrott, da geht ja gar nichts mehr. Und hier ist eigentlich überhaupt keine Panik, es wirkt alles sehr ruhig moderiert, es wirkt alles sehr, sehr, ja sehr klar. Und meiner Meinung nach wirkt es, als könnte die Eintracht momentan nichts erschüttern. Und jetzt läuft es ja auch langsam wieder an, die Zuschauerzahlen steigen stetig, kommen ja gleich noch zum Thema mit den nächsten Spielen, was ist an Zulassung da, sogar mit dieser Prämie für die, die sich nicht impfen lassen können, damit der PCR-Test etwas abgemildert wird, die Kosten dafür und so weiter. Also du siehst, hier ist an allen Stellen, wird hier sauber gearbeitet, das ist wirklich ein cooles, ein cooler Verein, muss man wirklich sagen, der einfach cool runter moderiert wird, selbst in diesen schwierigen Zeiten, da hatten wir auch schon andere Zeiten gehabt. Und finanziell, irgendwas hieß es ja, wir sind wirklich so stabil, wie manche andere Vereine, wo man normalerweise denken würde, ach du Jemini, die haben ja viel, viel mehr Geld, die eben nach vorne hin immer den großen Zambanum machen und hier die große Trommelleuten, am Ende aber gar nicht so stabil vielleicht dastehen, wie sie manchmal gerne hätten. Also ich bin sehr zufrieden, dass die Eintracht das so gut macht. Ja, und es gibt auch einen Punkt, wo die Eintracht durchaus mehr Geld rausgeholt hat, nämlich wenn es um das Thema der Vermarktungserlöse geht, da hat die Eintracht sogar mitten in der Pandemie die Erlöse steigern können, weil sie sich ja dann jetzt auch selbst vermarktet und das Stadion selbst beschreibt. Also da sieht man auch wieder, dass die Eintracht da einen ordentlichen Schritt in diese Professionalisierung, die wir ja immer mal wieder gefordert haben, gemacht hat. Rundum, glaube ich, zwar große Zahlen, aber nichts, was einen jetzt gerade als Eintracht-Fan an dieser Stelle Sorgen bereiten müsste. Die einzigen Sorgen, die man natürlich hat, ist, dass durch solche Dinge die Schere zwischen solchen Vereinen, wo es völlig scheißegal ist, halt noch größer ist. Ja, das stimmt, das stimmt leider, ja. Weil es gibt welche, die hätten wahrscheinlich ähnliche Probleme, haben sie aber nicht, weil es halt ausgeglichen wird. Und die können natürlich dann in solchen Zeiten, wo es anderen richtig scheiße geht und denen geht es gleich, besser hantieren mit verschiedensten Dingen. Und das ist halt schon ein Drama, weil das vorher schon ein Drama war und das ist jetzt nicht besser geworden dadurch. Also ich habe so ein bisschen die Angst, dass man das halt langfristig auch noch mehr spüren wird, als sowieso schon. Wirst du mit Sicherheit. Weil wir sind ja jetzt in der Ausnahmesituation, aber die Folgen davon, die kommen ja vielleicht sogar noch. Ja, Frankenbach hat ja im Rahmen dieser Pressekonferenz auch gesagt, dass die Eintracht noch mit diesen Verlusten die nächsten vier, fünf Jahre arbeiten wird, bis sie das Thema halt ausgeglichen haben. So, wenn du natürlich ein Verein bist, der einfach schon viel mehr Grundkapital hat oder wo halt irgendein so ein windiger Investor dahinter steht, der dann halt einfach mal kurz hustet. So geil, dass der auch noch das Wort Wind im Namen hat, das passt so gut. Ja, einmal kurz hustet und dann liegt dann da halt wieder ein bündiges Geld auf dem Schreibtisch. So hervorragend, Alter. Ich bin ein windiger Typ und ich heiße auch noch Windhorst, Alter. Jetzt hätten wir uns das hier ausgedacht. Heiko Lukas hätte sich das fast ausgedacht. Ja, tatsächlich, ja. Ja, er ist ja auch nicht der Einzige, da kommen wir ja gleich noch dazu, aber natürlich, es ist einfach so, dass du das da halt einfach weniger merkst. Ist schon... Ja, ich hoffe halt, dass da irgendwie, weil eigentlich, muss man jetzt nochmal sagen, wenn wir schon beim Thema Corona sind, das kam halt für die Eintracht zu absoluten Unzeit. Ja. Weil die Eintracht kam aus diesen euphorischen Jahren, weil die Eintracht hat viel vorgehabt, du hast viel Cash gemacht mit der Büffelherde, du hast wieder jetzt ein paar Spieler verkauft. Du hättest wahrscheinlich im Sommer auch diesmal noch mehr verkauft mit Kamada und Kostic eventuell, wenn der Max normal gewesen wäre. Und du wärst jetzt... Die Eintracht hätte eigentlich diesen... Und ich weiß nicht, wie lange ich hier schon dabei bin, aber seit ich hier dabei bin, reden wir immer darüber, dass Gladbach so eine Art Vorbild war. Zu sagen, die haben sich über fünf Jahre von der Relegation hochgearbeitet zu einem Verein, der, wenn es gut läuft, die immer um die Champions League mitspielt. Und die Eintracht war ganz genau auf diesem Weg. Und das wurde jetzt halt ausgebremst dadurch. Jetzt geht es ums Überleben und zu gucken, dass einigermaßen alles fresh bleibt. Und die haben ja auch gute Personalentscheidungen getroffen. Trotzdem wurde die Eintracht dadurch ausgebremst. Und da spielt natürlich auch das Phänomen, was ich beschrieben habe, eine Rolle, dass andere halt anders wirtschaften können. Und das ist halt schade, weil der Kampf gegen diese Vereine war sowieso schon schwer. Und das überhaupt zu schaffen, ich meine Respekt an Gladbach, dass sie das geschafft haben, weil die messen sich mit Leverkusen, mit Wolfsburg, mit Leipzig und so. Dass die das geschafft haben, ist ja schon unfassbar schwer. Das dann als Eintracht nachzumachen, ist auch nochmal schwerer, weil Gladbach ja dann auch schon da ist. Und dann kommt so eine Scheiße, Alter, das ist schon echt ekelhaft. Wir reden übrigens seit sechs Jahren darüber, weil so lange machst du hier schon mit. Ja, siehst du, aber das war dieser Fünfjahresplan, den wir die ganze Zeit gefordert haben. Ja, das ist richtig. Die Eintracht war im dritten Jahr und dann geht es zurück auf Los, Alter. Das ist doch scheiße. Ja, vor allem, wenn du auch überlegst, die Eintracht hat ja auch gerade einfach unwahrscheinlich viel Aufmerksamkeit, wenn du überlegst, was du da alles an Zuschauereinnahmen hättest mitnehmen können. Ja, wieder Europapokal, Alter. Ja, wieder Europapokal, wieder auch so einfach generell das Stadion noch voller permanent, weil einfach gerade so viel Aufmerksamkeit da ist und so weiter. Das hätte einfach schon nochmal was ausgemacht, ne? Das wäre tatsächlich, da wäre echt ein Boost gewesen. Und jetzt, wo du sagst, wie lange wir schon darüber sprechen, die Eintracht hat ja echt auch eine gute Entwicklung genommen, nicht nur auf dem Platz. Weil erinnert dich dran, dass mal, es gab mal eine Free Marvin Aktion, weil die Eintracht irgendein völlig verpixeltes Bild bei Instagram gepostet hat. Das ist noch gar nicht so lange her. Ja, ist richtig. Und mittlerweile machen die das ja echt gut. Also das ist schon mal interessant, vielleicht sollten wir irgendwann mal in der nächsten Länderspielpause vielleicht einfach so eine, weiß ich nicht, eine Fünf-Jahres-Folge machen, wo wir mal gucken, was war vor fünf Jahren und gehen mal die Jahre so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch, weil das ist allen im Tagesgeschäft, glaube ich, gar nicht immer so bewusst zu denken, das nicht so krass lange her ist auch, dass wir hier Marvin und ich berichtet haben, dass wir auf der Rückfahrt aus Nürnberg von der Relegation kein Wort geredet haben, weil wir so fertig waren. Also es sind verschiedenste Dinge, die da eine Rolle spielen. Da muss man, glaube ich, dann auch immer aufpassen, wenn man so ungeduldig wird. Aber nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. Corona ist schon ähnlich wie Dietmar. Okay. Gut, belassen wir es dabei. Ja, gucken wir mal ein bisschen nach vorne. Nächstes Heimspiel gegen die Hertha. Und bevor wir auf die Mannschaft an sich kommen, vielleicht nochmal kurz zum Setting. Dennis hat es ja gerade eben schon angedeutet, wir haben ja diese 3G-Plus-Regel, die Erlaubnis bekommen für das nächste Spiel, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. In der letzten Folge besagt, 40.000 dürfen maximal rein. Maximal 5% davon dürfen 3G-Zuschauerinnen sein, also quasi getestet. Getestet, genau. Genau, davon, von diesen 2.000, die das ja dann rechnerisch sind, dürfen maximal 400 in die Stehplätze und die müssen auch Maske tragen, weil kein Abstand und so. Und dann war ja jetzt so ein bisschen die Thematik mit diesen PCR-Tests, die dann dort stattfinden müssen im Vorfeld, weil ja jetzt auch seit gestern, glaube ich. Ja, seit gestern. Seit Montag, ja. Die Tests nicht mehr kostenfrei sind, das heißt, diese Tests müssen auch bezahlt werden, kosten so rund 75 Euro, wenn ich es richtig gelesen habe. Und die Eintracht gibt eben jetzt oder bezuschusst diese PCR-Tests für die Zuschauer, die sich nicht impfen lassen können. Darunter fallen unter anderem eben Kinder im Alter von 7 bis 18 Jahren oder eben Menschen, die das so nachweisen können, dass sie aus gesundheitlichen Gründen sich nicht impfen lassen können. Für die gibt es entweder einen 50-Euro-Zuschuss oder einen 70-Euro-Gutschein für den Fanshop. Ich finde das an sich eine gute Idee, darüber zu sagen, gerade wir wissen, wir haben auch viele Familien, die müssen den Test machen, wenn sie eben Kinder mitnehmen wollen und wir bezuschussen das dann. Ich finde das eine gute Variante. Dennis, du hattest das Thema gerade eben angebracht. Was ist denn so deine Meinung dazu? Finde ich super. Eine Korrektur, der PCR-Test hat ja schon immer gekostet. Schnelltest war ja nur, dieser Bürgertest war ja das, was da hattest. Das hätte hier ja nicht gereicht. Sondern das ist ja, PCR-Test war ja schon immer etwas teurer und angeblich ja etwas aussagekräftiger, etwas intensiver, was weiß ich. Ja, aber dementsprechend muss man wirklich sagen, ich habe gedacht, es gibt einen großen, einen größeren Aufschrei darüber auch, über diese Testthematik ist auch, glaube ich, was, was in Frankfurt tatsächlich fast nur umgesetzt wird. Ich meine, in München und anderen Stadien. München und Stuttgart dürfen quasi Vollauslastung geben, machen aber auch eine reine 2G-Regel. Also die Eintracht hat sich ja bewusst, so habe ich das verstanden, gegen diese reine 2G-Regel entschieden, weil sie eben sagen, dass auch viele Familien kommen. Und das würde ja bedeuten, es dürften keine Kinder ins Stadion. Okay, ich hatte irgendwo, dann meine ich nicht München und Stuttgart, aber irgendein, ich weiß nicht, in welchem Bundesland es dann ist, aber ich glaube, PCR-Test, wenn dann Test und 3G war, war es meistens ein Schnelltest oder diese typischen Bürgertests, die du da vorweisen konntest. Jetzt muss man hier natürlich schon in die Tasche greifen. Ich muss sagen, wenn es diese Entschädigung nicht geben würde, ich muss mir ja schon sagen, du hast gerade eine Summe genannt, 75 Euro, finde ich sowieso verrückt, dass das heute immer noch so viel kostet, aber 75 Euro zusätzlich zum Ticketpreis, zusätzlich zu ich will was essen, trinken und so weiter. Also wird ein Familienausflug mit zwei Kindern, aber schnell sehr, sehr teuer. Ich muss wirklich sagen, die Eintracht geht hier einen sehr, sehr guten Weg, hat auch ja gesagt gehabt, sie begründen es auch so ein bisschen damit, dass das ja, sonst hätten wir deutlich weniger machen können. Die Einnahmen, die wir da haben, nutzen wir eben auch für dieses Soziale. Denn du hast richtig gesagt, nicht jeder bekommt das ersetzt, sondern eben nur die, die wirklich nachweislich unter diese nicht impfen lassen können oder zu kurz erst diese, weil zwischen 12 und 18 gibt es ja mittlerweile Impfstoff, aber eben übergangsmäßig und so weiter und so fort. Also es sind alles Sachen, haben aber auch ausdrücklich gesagt, sie gehen davon aus, dass das nur für die nächsten zwei Spiele ist und danach hoffentlich erstens vom Gesundheitsamten entgegenkommen, nochmal stattfindet, respektive, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich da noch so viel tun kann. Ist aber auf jeden Fall ein Punkt, ich finde es gut und muss wirklich sagen, ich glaube auch ohne diese Maßnahme wäre fast niemand mit Familie oder Kindern dahin gegangen und das ist ja eigentlich das Bescheuertste, dass gerade diese Klasse, die du jetzt immer noch ranführen musst an diesen Sport, die eh alle total gegängelt und in schwerste Depressionen teilweise in den letzten Monaten verfallen sind, wenn die hier noch ausnimmst, das hätte ich extrem unfair gefunden und so muss man doch sagen, wenn es dann sogar einen 70-Euro-Gutschein für einen Fanshop gibt und so weiter, hat man eventuell wirklich nur noch einen kleinen Defizit im Vergleich zu sonst. Also finde ich eine tolle Sache. Wie siehst du das denn, Basti? Ehrlich gesagt bin ich bei dem Thema fast raus, weil ich keinen Nerv habe, mich jede Woche neu zu informieren, was, wann, wie, wo, wer, wohin will und wer sich aufregt, weil der nicht ins Stadion kommt und wer ins Stadion geht und wie viele und bla. Ich muss das wegschalten, weil ich keine Kapazitäten dafür habe. Ich warte einfach nur noch an dem Tag, an dem es vorbei ist. Oder hoffe zumindest, dass so eine gewisse gefühlte Normalität da ist. Aber es scheint ja noch nicht so zu sein. Das heißt, ihr habt es eben gesagt, das, was jetzt da irgendwie wild diskutiert wird, das gilt jetzt für zwei Spiele und dann soll ich in zwei Spielen weiter diskutieren, weil dann gilt wieder irgendwas anderes. Ich habe bei Fußball 2000 probiert zusammenzufassen, wie ich die Sache sehe. Ich hoffe einfach nur, dass jeder jetzt einigermaßen durch die Situation durchkommt, dass es nicht so Streitereien gibt, die Gräben verursachen, die lange nachhallen und dass es irgendwann halt einfach wieder normal ist und dass sich nicht jetzt jeder Johnny über den aufregt, der ins Stadion geht oder der nicht ins Stadion geht. Ihr habt es gesagt, das ist eine gute Sache und das hat ja auch tatsächlich, ich habe sogar einen Artikel in der Likib gesehen darüber, was die Eintracht da macht mit den Bezuschussungen da. Das ist ein gutes Zeichen, das finde ich super. Aber allgemein diese Thematik ist was, was mich dermaßen zermürbt, weil es halt auch kein, es hat halt kein Gain. Weißt du, die Diskussion darüber, ist so, ja. die läuft einfach gegen, die läuft gegen eine Wand. So, weil A, kannst du es eh nicht ändern und B, ist es halt, die Entscheidung, die das entscheiden, sind halt ganz andere. Die Ultras haben das ja gut beschrieben in ihrem Statement, die sind, die wissen ja, dass die Eintracht nicht diejenigen sind, die verhindern, dass die Ultras das Stadionlebnis so haben können, wie sie es haben wollen, sondern dass das halt andere Gründe hat. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht nur beim Fußball so, sondern allgemein bei Corona, die Leute reiben sich an Gegenwartsthemen auf, wo ich halt einfach momentan in dem Modus bin, zu denken, dafür habe ich die Kraft nicht. Und ich will einfach irgendwann wieder dieses Licht am Ende des Tunnels sehen, auch wenn das noch weiter weg ist, als ich es mir hätte gewünscht, weil es halt immer noch Johnnies gibt, die scheinbar sich nicht impfen lassen wollen und wir deswegen alles noch ein bisschen länger haben müssen. Aber ich bin jetzt im Endspurtmodus, muss ich sagen, weil diese Zeit hat so sehr, auch an mir selber persönlich, was mir immer gar nicht so bewusst ist im Alltag, so sehr an mir gezerrt, mit allem Drum und Dran, dass ich jetzt einfach nur noch will, dass es vorbei ist und ich mich jetzt safe nicht mit Eifer in eine Diskussion darüber stützen werde, wie die Situation beim nächsten Heimspiel ist und was Werder dazu zu sagen hat. Ja, ich fand das Statement der Ultrastar tatsächlich auch sehr gut. Ja, und selbst wenn es einer nicht gut findet, dann ist er back dir einen Keks. Ja, wollte ich gerade sagen. Das kann halt auch jeder für sich so einordnen, wie er das haben will. Ich kann da beide Seiten verstehen und am Ende ist es halt immer jedem selbst überlassen, ob er jetzt dann da im Stadion geht. Es gibt ja auch kein Wichtig oder Falsch und das ist das, was mich am meisten nähert. Jeder tut so, ne, gibt's nicht. Und ich zähle mich auch selber dazu. Ich muss ja die Selbstkritik auch üben, dass ich am Anfang, als ich da irgendwie mal im Stadion war, wo ich gesagt habe, alle oder keiner und da schwach geworden bin, mich beschwert habe, dass die Leute, die da sind, nicht singen. Ja, mein Gott, dann beschwere ich mich halt. Tut mir leid. Ist halt so, dass mich jetzt in dem Moment halt nervt. Aber wer bin ich, das zu beurteilen? Jeder, wie du's gesagt hast, jeder kann machen, was er will und das Ziel muss sein, dass am Ende nicht viel übrig bleibt von diesen ganzen unnötigen Diskussionen, wo eh keiner dran was ändern kann. Was soll ich jetzt ändern? Also, was soll ich jetzt machen? Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass Leute sich das klar machen, dass die Leute auch nachsichtig werden. Keiner weiß doch ganz genau, wie der optimale Umgang mit diesen ganzen Situationen ist und ob das jetzt richtig oder falsch ist, im Stadion zu sein oder fern zu bleiben oder 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 oder, weiß doch keiner. Aber dann ein bisschen mehr Rücksicht vielleicht zu sagen, okay, ich sehe es komplett anders, aber akzeptiere ich. Ja. Und dann zu sagen, wenn das alles weg ist, worüber jetzt gerade diskutiert wird, kann wieder alles normal sein und dann kann man vielleicht über andere Themen diskutieren und die dann halt auch irgendwie ein Ziel haben. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, so Diskussionen ohne Ziel, an denen versuche ich mich immer weniger zu beteiligen. Ja, kann ich kann ich voll und ganz verstehen und ich finde auch, solche Diskussionen braucht es an der Stelle nicht, weil wie du so richtig schon gerade auch gesagt hast, man kann es ja am Ende sowieso nicht ändern. Also warum sollte ich jetzt stundenlang über irgendwas diskutieren, was ich nicht ändern kann? Die Eintracht kann es am Ende auch nicht ändern und versucht eben mit jetzt eben dieser Bezuschussungsaktion das Beste daraus zu machen. Die Eintracht probiert ja jeden ins Boot zu holen und das ist ja wirklich gut moderiert auch. Ja, so und das haben wir jetzt erstmal für die nächsten zwei Spiele und dann müssen wir tatsächlich nochmal weiter gucken, in welche Richtung sich das da alles bewegt. So, weiter gucken müssen dann auch die Spieler, wie sie sich da am Wochenende auf dem Feld bewegen. Wir spielen zu Hause gegen die Hertha. Wir hatten es ja gerade eben schon angesprochen, die ja auch diesen windigen Horst da haben, der die so mit Geld beworfen hat. Basti, ihr habt bei 93 besprochen, wie das so mit Investoren geführten oder unterstützten Clubs ist und was da so die Top-Clubs sind. Auf welchem Platz war denn da eigentlich die Hertha mit dem Herrn Windhorst? Die war glaube ich gar nicht mehr gelistet. Also es ist nicht feststellbar gewesen im Kreis der wirklichen Investoren. Also ich glaube nicht, dass du als Lars Windhorst da mitpissen kannst, wenn Saudi-Arabien, Katar und Abu Dhabi sich gegenseitig bekriegen. Das ist wohl richtig und trotzdem hat er 350 Millionen irgendwie in diesen Klub eingezahlt in den letzten Jahren. Peanut. Die jetzt irgendwie Gib es doch mir. Gib es doch mir und ich sage dir hier, ich gebe dir die Hälfte zurück und sage dir, das ist keine gute Idee, Digga. So, als du die Hälfte hattest, der hätte die Hälfte ein Geld gespart. Ob die Hertha jetzt so viel schlechter in der aktuellen Tabellensituation dastehen würde, wüsste man auch nicht. Aktuell auf Platz 14 haben bislang nur gegen Bochum und Fürth gepunktet und ansonsten alle Spiele verloren. Sieht halt irgendwie nicht so geil aus und es ist auch ziemlich viel Unruhe da drin. Also Bobic musste sich ja als neuer Sportvorstand ich glaube letzte, also nach dem letzten Spiel schon hinstellen und sich zu seinem Schifftrainer bekennen. Auch ordentlich früh, oder? Ja und jetzt ist es für Carsten Schmidt auch noch gegangen heute. Ach siehst du, das habe ich noch gar nicht gelesen. Ja, Carsten Schmidt hat auf eigenen Wunsch sofort den Vertrag aufgelöst, ist jetzt auch weg. Also die Hertha geht nicht Richtung Ruhe, sondern es wird eher immer schlimmer. Die haben glaube ich eine November-Mitgliederversammlung, da wird es auch sehr interessant, was mit dem Präsidenten Gegenbauer passiert, der glaube ich bei der letzten Versammlung irgendwie nur 65% bekommen hat, obwohl er keinen Gegenkandidat hatte. Kann auch sein, dass das völlig falsch ist. Auf jeden Fall, was ich zusammenfassend sagen will, bei der Hertha ist einiges los, aber meine lieben Freunde, wir wissen alle, was das bedeutet, das sind die gefährlichsten Gegner für die Eintracht. Ja, leider richtig. Das ist mir alles zu eindeutig. Ich hatte ja tatsächlich noch, habe ich schon wieder tatsächlich gesagt, sorry. Prost! Prost! Ich hatte Schiss, dass die jetzt nach dem letzten Spieltag ihren Trainer entlassen, weil das wäre halt so ein typisches Ding gewesen, du gewinnst gegen die Bayern mit einem geilen Spiel und dann der nächste Gegner entlässt in der Woche davor seinen Trainer, hat bislang nichts geschissen gekriegt und dann kriegst du als Eintrachter irgendwie 3-0 auf die Mütze. Das wäre eigentlich so der Verlauf gewesen, wie man ihn aus der Vergangenheit kannte. Ja. Ja, klar, aber wir müssen ja auch sagen, du hast so schön anmoderiert, die haben nur gewonnen gegen Bochum und Bochum. Jetzt muss man aber auch sagen, die haben natürlich hier auch mit Wolfsburg, Bayern und Leipzig natürlich auch jetzt nicht unbedingt die absoluten Pappnasen Vereine da gehabt und auch Freiburg ist ja jetzt auch nicht unbedingt der totale Schrottverein. Dementsprechend muss ich sagen, wir haben ja auch extreme Probleme gehabt und wenn ich mir die Tabelle angucke, sind wir auch ganze zwei Punkte davor, Glas-Torverhältnis und so weiter, ist alles ein bisschen anders. Auch die Ruhe ist bei uns oder die Entwicklung, die ich zumindest denke, dass er erkannt hat, geht eher die Kurve nach oben und hoffentlich jetzt auch ein bisschen zu Stabilität. Trotzdem muss ich sagen, genau wie Basti auch schon angedeutet hat, das ist so gefährlich, die Situation, die Eintracht ist, ist sie wirklich schon so stabil umgegen, da wird es hektisch sein, da wird im Endeffekt auch emotional sein, weil Bobic ist da und Boateng ist da und das und das und das sind normalerweise Spiele, die gucke ich mir am liebsten gar nicht an, weil sie meistens dann so sind, dass ich sage, oh nee, jetzt hast du gegen die Scheiß-Hertha, die wirklich nichts auf die Reihe bekommen hast, nicht gewonnen oder im schlechtesten Fall auch noch je drei Punkte liegen lassen. Mist, Mist, wirklich Mist. Dementsprechend ich habe Angst vor dem Spiel tatsächlich und auch wenn das in der Tabelle jetzt erstmal so aussieht, die können nichts, wir haben auch nicht wirklich bis jetzt gezeigt, dass wir wirklich was können, außer mal in Ansätzen, also ich glaube, das ist auf Augenhöhe und das große Problem ist, da wird viel Hektik und Unruhe drin sein und ob wir das so gut unter Brunnen moderieren können, ich hoffe es, aber ich bin gespannt. Ich bin da auch eher bei dir, Dennis, also ich sehe es auch nicht so, die Leute sehen das meiner Meinung nach zu offensichtlich, weil du hast es wirklich gesagt, gegen wen die Hertha verloren hat und die haben zwar viele verkauft, aber das ist ja trotzdem noch eine hochwertige Mannschaft, zumindest von den Namen her und die können genau in so einem Spiel, wie du es gesagt hast, der Prince, der wird auch motiviert sein und der wird probieren, die auch zu motivieren, die können unangenehm sein, das sind die gefährlichsten Mannschaften, angeschlagenen Mannschaften, die eigentlich gute Kicker haben, die dann vielleicht in so einem Spiel über sich hinaus wachsen, weil genau diese Zerfahrenheit und dieser Druck auf dem Spiel ist, das wird eine Eintracht sein, das zu verhindern, es ist nicht so, dass man jetzt denkt, okay, die Hertha muss jetzt hier liefern, weil sie mehr im Zugzwang ist, als wir, habe ich am Anfang auch so gesehen, aber umso länger du hast schon angesprochen, wir haben selber es nicht geschafft, immer wieder Struktur ins Spiel zu kriegen, also von daher, das wird ein hoch interessantes Spiel, weil das auch eine Standortbestimmung ist, rechne dieses Bayern-Spiel raus, rechne auch dieses Antwerpen-Spiel raus, jetzt geht es darum, zu sagen, okay, hat die Eintracht sich den einen Schritt weiterentwickelt, um Spiele, was man ja auch sagen muss, gegen ähnliche Gegner, Stuttgart verletzungsbedingt geschwächt gewesen, Köln war gut drauf und auch irgendwie ein merkwürdiges Spiel und du hast es halt nicht geschafft, da deine teilweise Überlegenheit irgendwie in Tore umzumünzen, das muss jetzt passieren, ich rechne auch mit so einem merkwürdigen Spiel, da steht es vielleicht lange 1-1 und dann kriegt die Eintracht in der 60. 70. Minute eine Druckphase und die musst du jetzt dahin, also ich sehe das auch nicht als okay, die Eintracht haut die weg, sondern das ist ein unangenehmer Gegner. Glaube ich tatsächlich auch nicht und da war es schon wieder Prost. Die Hertha war verantwortlich für mehr Alkoholiker hier jetzt draußen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dann da so trinkt, dass wir uns daran vielleicht ein bisschen orientieren können. Die Hertha spielt auswärts, die haben auch einen gewissen Druck, ich vermute auch tatsächlich, da war es schon wieder, Prost, dass die Eintracht sehr viel Ballbesitz haben wird und wie du schon gerade eben gesagt hast, versuchen wird dieses Spiel irgendwie moderieren zu müssen und da habe ich auch noch so ein bisschen meine Zweifel, weil da haben wir uns auch schwer getan in den letzten Spielen. Uns liegen halt nach wie vor so Spiele, wo du halt Räume hast und das wird gegen die Hertha nicht passieren. Das denke ich halt auch, weil Dardai ist halt auch genau so ein Trainer. Über was kommt Dardai? Dardai ist jetzt nicht der Taktik-Gott der Bundesliga, der jetzt da irgendwie denken wird, wir überraschen die Eintracht, weil wir offensiv auftreten. Nee, da wird der Mannschaft genau das sagen, was Dennis angesprochen hat. Der will probieren, dass dieses Spiel auf einem Niveau stattfindet, wo die Hertha sich halt reinkämpfen kann, weil die momentan halt nicht in der Verfassung sind, irgendwie frei aufzuspielen und das ist genau das, was du sagst, René, das wird eine ganz andere Aufgabe. Da kannst du nicht den Ball nach vorne bolzen, weil die Verteidiger irgendwie 40 Meter höher stehen, sondern nee, da wirst du derjenige sein, der wahrscheinlich wirklich öfter den Ball hat und dann gucken muss, dass er nicht zu viel Gefahr geht, aber trotzdem gefährlich ist. Und das ist genau diese Balance, die die Eintracht eben noch nicht hinbekommen. Aber gut, im Endeffekt, was sollen wir jetzt machen? Wir können es nicht auf den Boden werfen und sagen, oh nein, die Hertha, sondern das ist genau der Test, den die Eintracht jetzt braucht und wenn du den bestehst, dann kannst du auf jeden Fall mit breiter Brust nach Bochum fahren. Es ist ja genau das, was die Eintracht auch will. Der Eintracht will ja scheinbar sind. Es ist einfach eigentlich, gehst mal wieder in die andere Richtung, eigentlich ist es der perfekte Test zur richtigen Zeit, weil du hast jetzt die Ruhe durch das Bayern-Spiel, du kannst jetzt probieren, das nächste Level zu erreichen und dir selber auch zu beweisen, dass du in Zukunft und ich glaube, dafür ist dieses Spiel wichtig, weil du wirst viele ähnliche Spiele haben, dass du es lösen kannst. Die Bundesliga ist mittlerweile gegen Bochum, spielst gegen Mainz. Das sind alles ähnliche Spiele, wo du halt der jenige sein muss, der die Entscheidung trifft, wie viel Risiko gehe ich und wie viel Absicherung mache ich. Das ist so, auf jeden Fall, Basti, und das Problem ist ja bei der Sache, beim Bayern-Spiel haben wir alle gesagt, das ist ein Bonusspiel, da musst du nicht Bochum sowieso dann, wenn es in der Woche dann soweit ist, aber jetzt musst du eigentlich, du bist verdammt hier zu Punkten, weil ansonsten stehst du auch wieder dann nach unten hin, wenn du jetzt hier anschaust, ich weiß gar nicht gegen wen Augsburg da am Wochenende dann kickt, aber da kann es auch schnell wieder passieren, dann kriegst du wieder Hektik in den Verein, beziehungsweise generell wieder Jui, bist wieder in der Tabellen Positionierung, ich hoffe ja, dass wir so weit schon entwickelt sind, dass wir uns darüber eigentlich keine Gedanken machen, dass das keine Hektik reinbringt, aber im Normalfall ist es leider so und diesen Abwärtstrend solltest du einfach umgehen, indem du gegen Hertha eine super Leistung ablieferst an das Niveau und an diese Ansätze der letzten zwei Spiele, ihr habt es ja schon gesagt, sowohl das Spiel in der Europa League als auch Ich glaube, was in allen Spielen trotzdem der Fall war, die Eintracht hat sich nie aufgegeben, da waren spielerische Mängel da und irgendwann haben die Mittel gefehlt, aber es war nicht so, dass wir gedacht haben, oh Gott, die fallen in ein Loch und das ist glaube ich bei der Hertha trotzdem noch anders. Ich glaube, die Eintracht hat einen besseren Spirit. Wenn das dieses Kampfspiel wird, was du angesprochen hast, dann sehe ich die Eintracht auch da noch im Vorteil. Du bist natürlich ein bisschen mehr auf Glück angewiesen, als wenn das jetzt ein spielerischer Schlagabtausch gewesen wäre, aber trotzdem sehe ich da die Eintracht gerade durch diese zwei Erlebnisse in der Situation. Ich glaube, ein Gegentor würde der Hertha mehr wehtun als der Eintracht in so einem Spiel und das kann natürlich dann auch irgendwie dieses Spiel in die richtige Richtung verschieben. Ja, zumal wir ja auch gezeigt haben, dass wir auch Rückstände wieder aufholen können. Genau, das weiß die und ich glaube, bei der Hertha ist glaube ich so. Ja klar, das wird natürlich dann schwieriger für die Motivateure auf dem Feld, dann die anderen dort dann wieder rauszuziehen aus dem Loch. Gerade wenn du, und das macht die Hertha ja echt nicht so gut, gerade wenn du einen Trainer hast, wo Spieler, die dann vielleicht nochmal einen Extraschritt gehen müssten, einen Trainer haben, wo sie wissen, der ist eh ein paar Wochen bald weg. Ja klar, das macht auch noch was. Ich hätte nie gedacht, das wäre 30 Gegentore spricht ja auch eine deutliche, also die Defensive ist ja jetzt auch nicht unbedingt unbezwingbar. Ich glaube, die haben die meisten Gegentore in der ganzen Liga gefangen, also da musst du schon sagen, irgendwie und dieser Knoten, ihr habt es ja schon angesprochen, die Chancen sind ja oft da und du denkst, meine Güte, die Dinger müssen noch reingehen, vielleicht klappt es gegen die Hertha. Wobei du aber auch sagen musst, dass sie von den Mannschaften die Torchancen, die sie haben, am effektivsten nutzen, auch auf Platz 5 in der Liga sind. Also von den wenigen Chancen, die sie haben, machen sie relativ viele auch rein. Das wäre ein schlechtes Zeichen für die Hertha. Ja. Das zeigt mir halt auch, du darfst sie nicht in gefährliche Positionen kommen, weil dann wird es halt echt eng. Das zeigt mir eher, dass sie fast nie in gefährliche Positionen kommen, ehrlich gesagt. Ich hätte lieber viele Chancen anstatt so eine gute Quote oder beides am besten. Ja gut, wir werden es erleben, aber gut, dass wir mal das so eingeordnet haben, dass das eben nicht dieses, ja klar, der hat das scheiße drauf, wir holen die jetzt weg, weil wir in München gewonnen haben, sondern dieses Spiel, ich glaube, das weiß die Mannschaft, aber auch Glaser hat das glaube ich nach dem Bayern-Spiel direkt gesagt. Er hat gesagt, dieses Bayern-Sieg ist überhaupt nichts wert, ist es dann aber auch so. Dann hast du nämlich diese ganze Ruhe, über die wir uns jetzt gefreut haben, die ist dann weg. Im Endeffekt ist wieder das Gelabern, was wir vorher schon hatten. Deswegen, dabei, dabei. Spannend. Was denken wir denn aufstellungstechnisch für dieses Spiel am Wochenende? Dreierkette, Vierierkette? Basti, was da leidete? Boah, ich kann es ganz schwer einschätzen. Dann darf Dennis das beantworten. Ich weiß es wirklich nicht. Oh, ich muss dir tatsächlich sagen, ich würde ja so gerne wieder Vierierkette spielen. Ich muss dir aber wirklich sagen, dass ich mir vorstellen könnte, einfach aufgrund der Erfahrung vom letzten Spieltag beziehungsweise letzten Spielen, dass wir tatsächlich mit Dreierkette spielen. Dreierfünferkette. Und ich glaube auch Touré ist wieder fit. Oder ist er wieder fit? Ich weiß es gar nicht. Er hat ja individuell trainiert. Aber bis zum Samstag könnte er ja wieder fit sein. Hinti, wenn du sagst, der steht heute in der Elf, der Chartelf. Aktuell steht er, ja. Da könnte ich mir das wirklich vorstellen, dass wir wieder mit der Dreierkette spielen. Dicker und Durm trainieren auch wieder mit der Mannschaft. Mhm, okay. Also, im Endeffekt muss man ja sagen, im letzten, oder in einem Spiel gegen die Bayern hat ja selbst ein Ilsanke ein gutes Spiel gemacht für seine Verhältnisse. Ja, es ist alles, alles ein bisschen schwierig. Also für mich wäre eine Dreierkette völlig in Ordnung. Die Personalien, die sich dann natürlich aufstellen, müsste man dann halt schauen, wer, wer tatsächlich hier dann zum Einsatz kommt. Denn ein Hinti ist für mich gesetzt, wenn er fit ist. ansonsten. Ist Lenz eigentlich wieder fit? Also wer ist denn eigentlich überhaupt wieder fit von den von den verletzten Indika? Ich glaube, Lenz noch nicht. Und Indika? Ist noch ein Fragezeichen dran? Also er hat der Mannschaft wieder trainiert, aber ist noch nicht so 100% sicher. Durm wohl schon. Der hatte ja die Gehirnerschütterung. Der scheint aber ja so weit wieder fit zu sein. Und Hasebel war ja wohl, so wie ich das verstanden habe, auch so ein Stück weit Vorsichtsmaßnahme, weil er ja nach dem letzten Spiel einfach so total durch war und sie ein bisschen die Gefahr hatten, dass er dann irgendwie sich eine muskelliche Verletzung oder irgendwas zuzieht. Deswegen haben sie ihn da ja dann mal pausieren lassen. Also ich habe ehrlich gesagt gar kein Gefühl für das System. Also ich kann mir 50-50 beides vorstellen. Leichte Tendenz habe ich auch zur Viererkette, aber da gibt es halt für beide Systeme. Das erste Argument, was ich habe, ich habe das Gefühl, Glasner wird Kostic nicht mehr auf diesem Schienenspieler-Ding spielen lassen. Ich glaube, diese Nummer ist gegessen. Ich glaube, Glasner will den da nicht. Ja. Und das würde er wieder wie eine Führerkette sprechen, weil ansonsten hast du ja dann drei Verteidiger plus zwei Außenverteidiger. Das ist dann für München okay, aber das ist ja fast schon zu defensiv. Das heißt, wenn Glasner das nicht machen will, was ich ihm jetzt einfach mal unterstelle, dann musst du eigentlich mit Führerkette spielen. Ich tue mich auch schwer, da eine Aufstellung zu treffen, weil im Vergleich zu der letzten Saison, wo wir ja einen Cheftrainer hatten, der quasi immer die gleiche Aufstellung hat spielen lassen, egal was ist, habe ich hier eher das Gefühl, dass Glasner sehr akribisch den Gegner, den kommenden, untersucht und da auch dementsprechend System und Spieler im Detail dann irgendwie anpasst. Von daher tue ich mich da auch tatsächlich gerade, da war es schon wieder, ein bisschen schwer. Prost, genau. Spielen wir es aber doch mal mit der Viererkette durch. Also für mich auch völlig okay. Ja, stellt man auf. Also hinter Egger und Tutor, also Trappentor, Tutor tatsächlich, okay. Wer sonst? Wenn ein Dicker nicht fit ist? Ja, so entstelle ich jetzt mal. Ein Dicker ist tatsächlich, okay. Ist noch ein Fragezeichen. Also wenn da ein Fragezeichen dran ist, können wir davon ausgehen, dass er es vielleicht nicht direkt riskiert. Okay. Dann ist für mich hinter Egger und Tutor, rechts Toré, links Durm. Ja. Da wäre ich tatsächlich, ja, Prost, auch mit dabei. Also irgendeiner muss jetzt eigentlich schon an Alkoholvergiftung gestorben. Die ersten Krankenwägen sind angefordert. Ja, also das wäre meine Fähre. Wundervoll. Ja. Also auch kein Schändler wieder als, Schändler rotiert bei euch raus. Als Linksverteidiger, nee, bitte nicht. Also ich mag Schändler sehr, Jeder sagt immer den ersten Satz, ich mag ihn, aber. Ja, ich mag ihn ja auch. Ja, aber es reicht wahrscheinlich nicht mehr für die Bundesliga. Da will ich mir auch nichts mehr vormachen. Und auch gar nicht als Linksverteidiger. Ja, das ist mir fast egal, wo der spielt. Ja, Er kann reinkommen, wenn es irgendwie darum geht. Er kann von mir aus reinkommen, wenn es 1-1 steht und das Spiel ist irgendwie in so einem Modus, wo man denkt, jetzt brauchen wir echt einen Talspieler. Wo du so spielst, plätschert so ein bisschen dahin und du brauchst einen, der jetzt einfach noch Power reinbringt. Aber das ist nicht, das ist nicht dein Go-To-Guy-Spieler, der die ganze Saison irgendwie von anderen an spielt. Nee, und nicht auf der Linksverteidiger, bitte nicht auf der Linksverteidiger. Und Lenz ist halt weg, deswegen kommt du und dann. Und für mich ist Touré derjenige, der jetzt mal ausprobiert werden muss, so völlig. Okay, prima. Touré hat ja eigentlich auch in den letzten Spielen, wo er gespielt hat, hat er das nicht verkehrt gemacht. Ja, es sind noch nicht so viele, aber ich habe bei ihm die Hoffnung nicht aufgegeben, vielleicht bin ich da naiv, aber ich bin immer wieder, ich lande immer wieder bei Touré auch aus Mangel an Alternativen. Bin aber im gleichen Team und diesen Mangel an Alternativen, ja, würde ich auch noch sehen. Gut, Doppel 6, Jarkic, so brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Gibt's keinen Weg dran vorbei. Links Kostic auch nicht. Links Kostic ist auch, mehr als logisch. So, und dann wird es interessant. So, finde ich jetzt recht. Touré wird ja wohl auch nicht spielen, weil kommt irgendwie in der Nacht wieder aus Mann, schon wieder. Argentinien wieder, ja, der hat Donnerstagabend spät mit Kolumbien, warte mal, ich gucke nochmal nach, aber nach meiner Entschuldigung. dann scheiß drauf, dann wenn der da wieder irgendwo 30 Jahre unterwegs ist, dann geht's halt nicht, das ist sehr, sehr schade, weil eigentlich hätte ich ihn gestellt, aber dann stellt sich's für mich von selbst auf. Dann würde ich ihn offensive Dreierreihe machen mit Kostic, Kamada und Heuge und vorne Lamas, fertig. Okay. Ich bin noch am Nachgucken, wann die hier spielen. Ich meine Donnerstag. Donnerstagabend, 23 Uhr, Kolumbien gegen Ecuador. Irgendwo in, weiß ich nicht wo. Ja, super, wie du da bist. Ich bin Pause. Großer Fein. Und deswegen? Nee, Holger find ich auch gut. Ja, ich find, der muss auch einfach mal ein bisschen mehr spielen. Auch da bin ich ähnlich wie, wie, äh, Basti mit, äh, Touré. Ich hab unwahrscheinlich viel Hoffnung in den Kerl. Und der muss da jetzt auch einfach mal seinen Weg in die Mannschaft finden. So, wen haben wir in der Mitte? Kamada und davor Freund Lamas, ne? Lamas, genau. Und wenn Lamas rausgeht, dann muss Paciencia rein, liebe Freunde. Ich hab da keinen Bock mehr drauf, zu denken, dass wir gegen die Hertha steht 1-1, dann wechselt der Stürmer aus. Ja, dann kommt Hinztürmer, ist doch klar. Ja, super, Alter. Und dann wechseln wir Kamada aus und dann kommt Rustic rein. Ja, genau. Super. Dann geht Heuge noch raus und dafür wird Da Costa eingewechselt. Ja, genau. Ich sehe schon große Freude bei Basti eben. Ja, auf jeden Fall. Großer Fan. Ja, großer Fan. Auf einem stürmerlosen Spiel. Es soll Mannschaften geben, die damit, äh, echt erfolgreich gewesen sind. Ja, aber die haben auch anderes Spielmaterial und noch einen besseren Trainer gehabt. Ja, das mag wohl richtig sein. Naja, Freunde der Sonne, ich muss mich mal ganz kurz ins Bad verabschieden. Gleich wieder. Gut. Da will sich einer vor seinem Tipp drücken. Naja. Mussartig. Dann darfst du anfangen, oder? Dann, dann, ja, dann fange ich halt mal an und dann tippen wir hier, äh, Ergebnisse. Boah. Vor der Sendung hätte ich noch gesagt, so ein bisschen 2-0, 2-1. Lass uns nochmal zusammenfassen. Hertha schießt wenig Tore, kassiert viel. Wir schießen wenig Tore, kassieren wenig. Das ist ziemlich gut zusammengefasst, ja. Und beide Mannschaften haben einen gewissen Druck zu punkten. Die Hertha einfach, weil sie mal ein Erfolgserlebnis braucht gegen einen Gegner, der jetzt nicht Bochum und Fürth heißt, ohne den beiden Gegnern da zu nahe treten zu wollen, aber ist halt auch noch, ähm, vielleicht nicht so Bundesliga-tauglich. Ach komm, scheiß drauf. Ich sag, wir gewinnen 3-0. Uiuiui, okay. Ich hab irgendwie ein gutes Gefühl bei diesem, äh, bei diesem Ergebnis. Äh, Lammers trifft, Kostic trifft und Kamada. Zweimal Vorlage, Heuge, einmal Vorlage, so. Absolut in Ordnung. Okay, wäre nicht so schlecht, ne? Nein, sofort, sofort bin ich voll dabei, ähm, ich sag mal so, ich tippe auf ein 2-1. Ich glaube tatsächlich, dass spannend wird, ich glaube auch, dass es total unruhig wird, ist aber ja, ihr habt's richtig angesprochen, habt, die Eintracht hat Moral gezeigt, äh, dass sie kämpfen können, dass sie es auch im Endeffekt dann spielerisch irgendwie, äh, und mit auch etwas Glück, äh, eventuell am Ende noch drehen können. Nein, 2-1 hoffe ich einfach, dass, äh, es wahrscheinlich eine ZDF-Partie wird, aber am Ende die drei Punkte, das ist alles, was hier zählt, am Ende kriegt kein HM mehr danach, wie wir es erreicht haben. Dennis hat 2-1 getippt, ich 3-0. Was ist dein Tipp, Basti? Ich tippe 3-1 für die Eintracht, das wird, das klingt deutlicher, als das Spiel wahrscheinlich wird, die Eintracht wird spät, hoffentlich zwei Tore machen, so, äh, steht lange 1-1, dann macht die Eintracht irgendwie das 2-1 und dann fällt durch den Konter des Reins, also es wird lange, lange, glaube ich, genau dieses Spiel, was Dennis beschrieben hat. Also es wird, ich glaube, da sind wir uns, da war es schon wieder, äh, es wird, da sind wir uns alle einig, kein Spiel, wo man mit großer Vorfreude reingeht, Dennis hat es ja vorhin schon gesagt, ähm, ein Spiel, vor dem man als Eintracht-Fan in der aktuellen Situation mehr Angst haben wird, als sich drauf freuen. So einer der, der wenigen Spieltage, wo ich schon einen Tag vorher überhaupt keinen Bock drauf habe. Ja. Wird anstrengend, aber wir werden da durchgehen und wir werden nächste Woche auf jeden Fall drüber sprechen. Was habt ihr denn an, äh, möglichen guten Taten oder Empfehlungen, die Herren? Ich hab eigentlich nichts. Oha. Oha? Nee, gar nichts. Gar nichts. Tatsächlich, ja. Ich gehe auch, äh, komplett leer in diese Sendung, weil ich leider nicht dazu gekommen bin, mich mit irgendwelchen anderen Dingen zu beschäftigen. Und daher lassen wir die Option oder den Punkt hier mal offen, aber vielleicht haben wir unsere Hörerinnen und Hörer da draußen Empfehlungen. Dann schickt sie uns, dann nehmen wir sie auf jeden Fall in die nächste Sendung mit auf. Und wenn ihr was habt für eine gute Tat, dann, äh, nehmen wir es auch auf. Und wenn ihr die gute Tat von der letzten Woche noch nicht gehört habt, das war der Weihnachtspäckchen-Konvoi, dann hört ihr euch nochmal die Folge der letzten, äh, Woche an. Das ist nämlich auf jeden Fall etwas, was man nochmal erwähnen sollte. Und vergesst bitte auch nicht in die Kommentare reinzuschreiben, was ihr denn bei unserem, äh, aktuellen, äh, Trinkspiel, ähm, so konsumiert. Und ob ihr es überlebt. Wenn ihr es überlebt, dann schreibt es in die Kommentare und wenn nicht, dann vielleicht auch, keine Ahnung. Aber ich sage mal, machen wir hier den Sack zu. Es ist Länderspielpause und von daher nicht so ganz zu, viel zu besprechen. Deswegen die Sendung diese Woche ein bisschen kürzer. Nächste Woche beschäftigen wir uns aber mit dem Ausblick auf, äh, das nächste Euroleague-Spiel, mit Ausblick auf Bochum und natürlich mit einem Rückblick auf die Hertha und werden mal gucken, wer mit unserem Tipp am nächsten dran lag und mit welcher Aufstellung die Eintracht am Ende aufgelaufen ist. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschö. 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 Hey, 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 es kann am Anfang von Hey, 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 es kann am Anfang von Hey, hey, es kann am Anfang von Hey, 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 es kann am Anfang von